So, ich bin jetzt ausgestattet, ich fahre jetzt die Karo aus Braunschweig abholen und dann geht's los nach Berlin. Wir sitzen jetzt hier am Flughafen und meine Freundin will nicht mit aufs Video. Also wir hoffen mal einfach, dass die Maschine sicher landet, weil aufgrund des Unwetters gab es wohl eine kleine Warnung. Komm nochmal kurz. Ich bin jetzt hier am Flughafen. Hallo, wir haben uns jetzt angezogen, haben uns fertig gemacht und werden jetzt losgehen in Alfama frühstücken. Wo steht er? Ich bin jetzt hier am Flughafen. Ich bin jetzt hier am Flughafen. Da kommt sie jetzt. Okay? Das ist die Gelandenstraße. Oh, da kann ich mir schon fassen. Ich hoffe, es lohnt sich. Oh, witzig. Im Falle einer Einkesselung auf die Eliten, die in der Festung die Zitadelle wohnten, unterzubringen. Sie hat nämlich die Funktion einer Residenz wie bei anderen Burgen in Europa. Sie bewahrt noch elf Türme, wobei besonders der Bergfriedturm, der Mauerturm oder Turm des Königlichen Archivs. Jetzt ist die anderen Turm. Oh, da kann ich nicht mehr. Das ist schickeig. Das ist schickeig. Ich denke, wir können uns hier alles nachdenken. Das war's. 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 Oder? Genau. Mit Pfand. Mit Pfand aber, ne? Eine riesengroße Pfand. Das ist eine Beleidigung, mein ich. Musik 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 Man kann auch den Kampf dann nicht heiraten. Man kann auch gar nicht heiraten. So, und das Bauten kommt jetzt und steigt in diese Runde. Limo! Ich versuche dich zu stechen, dass du einen schönen Kaffee irgendwo trinken gehst. Wir sind jetzt hier beim berüchtigen Hersteller von Pastel de Belen. Das ist eine Megaschlange. Wir haben uns etwas ganz Leckeres geholt. Das sieht echt toll aus. Wirklich ganz toll. Wahnsinn! Boas khoor eben de Koffert & GmbH 19. noch Farbe. 20 Vielen Dank. Ja, das ist eine coole Studie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye-bye. 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 Das hat es doch gemacht, Mensch. Ja, aber ging ja nicht. Aber ist das gut? Aber... Paradies. Schön. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020